Online-Dating ist nichts Neues. Das gibt es schon seit den Anfängen des Internets. Aber ich glaube, die meisten von uns vergessen, wie unsicher das Treffen mit völlig Fremden sein kann. Die Frau in unserem heutigen Fall, Jamie Lee Dolegai, ist eine sehr interessante junge Frau aus Melbourne, Australien. Jamie hatte eine harte Kindheit und Jugend. Sie wuchs in einem misshandelten Elternhaus auf und wurde von ihren Eltern sehr stark vernachlässigt. Sie war kaum mehr als ein Kleinkind, als ihr Vater, ihre Mutter vor ihren Augen und denen ihrer Geschwister brutal und gewaltsam angriff. Während ihr Vater im Gefängnis saß, wurde das Leben für Jamie nicht besser. Sie wurde immer wieder sexuell und körperlich missbraucht, bis sich der Staat endlich einschaltete. Infolgedessen wurde sie im Alter von zehn Jahren von zu Hause weggenommen und hatte ab ihrem 14. Lebensjahr rund um die Uhr zwei verschiedene Bezugspersonen. Ich fand das ziemlich interessant, denn es sieht nicht so aus, als wäre sie in eine Pflegefamilie gekommen, sondern wurde stattdessen rund um die Uhr von zwei verschiedenen Personen betreut. Wie auch immer, es wurde berichtet, dass beide Betreuer absolute Angst vor ihr hatten und sie als gestaltwandelndes Dämonenmädchen bezeichneten. Einer ihrer Betreuer sagte über Jamie, In einem Moment wirkt sie glücklich und lächelte, im nächsten rastete sie aus, fauchte und knurrte, wie ein Wolf und biss Menschen. Das ist eines der schrecklichsten Dinge, die ich je gesehen habe. Es war, als wäre sie besessen gewesen. Und Jamie selbst glaubte, dass sie von Dämonen besessen war. Sie verletzte sich immer wieder auf schrecklichste Weise selbst. Auf Fotos von Jamie kann man die bleibenden Auswirkungen und Narben all der körperlichen Misshandlungen sehen, denen sie sich ausgesetzt hat. Einmal wurde sie in einem Sumpf aufgefunden und in einer katzenhaften Aufmachung beschrieben. Ein anderes Mal zog sie sich nackt aus und kletterte auf einen Baum in ihrem Hinterhof. Sie verstümmelte sich selbst und legte Batterien in ihren Körper ein. Sie musste mehr als 100 Operationen über sich ergehen lassen, um Fremdkörper aus ihrem Körper zu entfernen. Ein Arzt, der Jamie untersuchte, sagte, sie würde sich selbst verletzen, um eine Fürsorgereaktion hervorzurufen. Wie verdammt traurig ist das denn? Sie litt eindeutig schrecklich und brauchte ernsthafte psychische Hilfe. Im Alter von 18 Jahren wurde ihr die 24 Stunden Betreuung entzogen und sie wurde sich selbst überlassen. Für mich hört es sich so an, als hätte man ihr nie wirklich eine Chance gegeben. Und die Vernachlässigung, der sie ausgesetzt war, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sie sich von anderen Menschen abgewandt und verlassen fühlt. Und für die Menschen, die sie im wirklichen Leben kannten, war es keine Überraschung, was passiert ist. Es gab Anzeichen, sehr viele sogar, und sie wurden meist ignoriert. Da sie nicht mehr unter der ständigen Aufsicht ihrer Betreuer stand, konnte Jamie, der Teenager, tun und lassen, was sie wollte. Die Regierung ließ sie im Grunde einfach laufen, weil sie nicht wusste, was sie sonst mit ihr tun sollte. Es war ziemlich klar, dass sie niemals hätte sich selbst überlassen werden dürfen. Jamie verbarg nicht einmal die Tatsache, dass sie Probleme hatte. Sie erzählte jedem, der es hören wollte, dass sie gefährlich war. Und es ärgerte sie, dass sie niemand ernst nahm. Sie nutzte die sozialen Medien, um allen mitzuteilen, was ihr durch den Kopf ging. Jamie schrieb auf Instagram, Sie schrieb auch, Ich denke, dass die Leute wahrscheinlich dachten, sie sei nur eine Gefahr für sich selbst. Wenn sie jemanden in ihrem Leben gehabt hätte, der sich um sie gekümmert oder ihr zugehört hätte, würde ich hoffen, dass mehr getan worden wäre, um ihr zu helfen. Es wurde überall im Internet veröffentlicht, sodass die Leute es sehen konnten. Wir halten immer nach Warnzeichen Ausschau und Jamie hat mit einer großen roten Flagge gewunken. Ihre Instagram-Posts zeigen den Konflikt in ihren Kopf. In der einen Minute ein gewalttätiger Ausbruch, in der nächsten sanft wie ein Kätzchen. Andere Beiträge auf Instagram lauteten, Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich ein weiches Herz. Ich vergab immer und hatte keine Angst. Ich vertraute den Menschen, ich liebte die Menschen, aber das hielt nie lange an. In einem anderen Post, In ihren eigenen Worten beschrieb sie, wie sie von ihrer Mutter gequält wurde, Nachdem ihr Vater wegen eines gewalttätigen Übergriffs in der Familie ins Gefängnis gekommen war. An alle Eltern da draußen, die ihre Kinder angreifen, Denkt bitte darüber nach, was ihr tut. Was wir als Kinder sehen, kann manchmal nicht ungesehen bleiben. Wir bremsen leicht, wir fallen schwer und manchmal kommen wir nie wieder zurück. Jamie verbrachte einen Großteil ihrer Zeit im Internet und versuchte, Möglichst viele Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen. Sie hatte ein Profil auf einer Dating-Website. In ihrem Profil stand ganz offen, dass sie an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet und suizidgefährdet ist. Außerdem behauptete sie, sie habe zwei extreme Fetische, darunter Fesselung und Disziplin und Gruppenvergewaltigung gegen ihren Willen. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die sie über die Webseite kontaktiert haben, sie wahrscheinlich nicht ernst genommen haben. Jedenfalls schettete die 18-jährige Jamie, die jetzt unter der Aufsicht von absolut niemanden stand, mit einem jungen Mann namens Maulin Wattoed, auf der Dating-Seite. Maulin war ein 24-jähriger internationaler Student aus Indien. Er lebte vorübergehend in Melbourne, um einen Masterabschluss in Rechnungswesen zu machen. Freunde und Familie beschrieben ihn als freundlichen und fleißigen Menschen, der sich selbst versorgte und als Lieferfahrer arbeitete. Maulin war das einzige Kind seiner Eltern, die unglaublich stolz auf ihn waren, weil er auf der Suche nach einem besseren Leben das Land verließ. Er hatte vor, nach Abschluss seines Studiums im November zu einem Besuch nach Hause zurückzukehren. Er sagte, wir hätten so viel für ihn getan und jetzt sei er fähig genug, uns zu unterstützen. Er wollte uns nicht mehr arbeiten lassen, sagte sein Vater. Leider würde er für diesen Besuch nie nach Hause fahren können, denn an jenen Abend im Juli 2018 beschloss Maulin, sich persönlich mit Jamie zu treffen. Jamie hatte an diesem Tag keinen guten Tag. Sie hatte das Gefühl von ihren Sozialarbeitern ignoriert worden zu sein, als sie sich nach mehr Medikamenten erkundigt hatte und war verärgert, dass ihre Bedürfnisse nicht sofort erfüllt wurden. Als sie anfing, mit Maulin hin und her zu schreiben, wusste sie sofort, dass sie ihre Frustration an ihn auslassen würde. Während er zu ihr nach Hause fuhr, in dem Glauben, sie würden miteinander schlafen, ging Jamie ins Internet und suchte nach Ich werde heute Nacht jemanden zum Spaß umbringen. Sie besuchte eine Webseite mit dem Titel Zehn Schritte, um einen Mord zu begehen und damit davon zu kommen. Innerhalb einer Stunde, nachdem Maulin in Jamies Wohnung angekommen ist, begangen die beiden mit sexuellen Aktivitäten. Jamie fragte ihn, ob er sich auf Würgespiele einlassen würde, was er bejahte und sagte, dass er aufhören würde, wenn er sich unwohl fühlte oder die Dinge zu weit gingen. Hier ist eine Erklärung von Jamie selbst über den Ablauf der Ereignisse. Ich sagte ihm, dass ich ihn nicht aus dem Haus lassen würde ziehen. Und er sagte, ich bin ziemlich stark. Und ich sagte, können wir die Theorie testen? Und er sagte, ja, solange du mir nicht wehtust. Jamie sagte dann, dass sie sich hinter Maulin auf dem Bett bewegte, ihn mit ihren Armen würgte und dann ihre Beine um seinen Körper schlang, damit er sich nicht bewegen konnte. Als sie ihn erwürgte, flüsterte sie ihn ins Ohr, es wird alles gut, es wird vorbei sein. Trotz seines Klopfsignals aufzuhören, hielt sie ihn in ihrem Griff fest. Dann wickelte sie das Kabel eines Sexspielzeugs um seinen Hals und zog es fest, bis klar war, dass er sich nicht mehr bewegen würde. Dann gestand sie erst der Polizei am Telefon, während Maulins Körper neben ihr auf dem Bett lag. Sie wollte unbedingt, dass die Polizei vorbeikommt, damit sie erglaubt, wozu sie fähig ist. Denn sie wollte es nicht noch einmal tun und wusste, dass sie Hilfe brauchte. Als die Polizei eintraf und erfuhr, was passiert war, wurde Jamie natürlich verhaftet und zum Verhör mitgenommen. Ihr Verhalten im Gespräch mit der Polizei war unglaublich seltsam. Sie sagte der Polizei, es habe sich gut angefühlt und schilderte dann später in einem langen Polizeiverhör genau, was sie getan hatte. Sie gab zu, dass die Dinge vielleicht anders gelaufen wären, wenn Maulin größer gewesen wäre. Wenn es ein großer Mann gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich, ich weiß, das hört sich dumm an, aber ich beiße und ich stehe auf Vampirfantasien und ich würde ihn wahrscheinlich entweder dazu bringen, wegzulaufen oder mich an seinem Hals festhalten, das eine oder das andere, sagte sie. Auch hier hatte sie diese seltsame sexuelle Fantasie, die Gewalt und die Rolle eines Vampirs beinhaltet. Maulin starb am Tag nach der grausamen Tat im Krankenhaus. Im Gerichtssaal verhielt sich Jamie extrem kindlich. Sie saß lächelnd da und malte Bilder mit Buntstiften. Sie saß im hinteren Teil des Gerichtssails und bastelte Origami. Sie lachte und plauderte mit der Polizei und gab ihrem Anwaltstheem einen Faustschlag. Es hatte nicht den Anschein, dass sie sich der Schwere ihres Verbrechens wirklich bewusst war und auch keine Reue empfand. Während des Prozesses war nicht umstritten, ob sie ihn getötet hat, sondern ob sie es beabsichtigte. Ihr Verteidigungsteam erläuterte den Geschworenen ihre schwierige Erziehung und an den jahrelangen psychischen, sexuellen und körperlichen Missbrauch, den sie als Kind erdulden musste. Der Gerichtspsychologe Eamon McCarthy wurde hinzugezogen, um über den geistigen Zustand von Jamie auszusagen. Er sagte, Jamie gehöre zu den am stärksten traumatisierten Menschen, mit denen er je gearbeitet habe. Ein weiterer Arzt, der forensische Psychiater Dr. Andrew Carroll, wurde hinzugezogen und seine Meinung über Jamie schien zu schwanken. Während Jamie behauptet, ein Psychopath zu sein, sagte Dr. Carroll den Geschworenen, dass er nicht glaubte, dass sie in irgendeiner Weise an einer Psychose leide. Eine Psychose ist laut Definition eine schwere psychische Störung, bei der das Denken und die Gefühle so beeinträchtigt sind, dass der Kontakt zur äußeren Realität verloren geht. Dr. Carroll sagte den Geschworenen, dass Jamie wusste, dass ihr Handeln falsch war, als sie das Opfer tötete. Er sagte, dass Jamie bei banalen Dingen extreme Wutausbrüche haben kann. Jamies Anwalt argumentierte, dass sie geistig und zurechnungsfähig war, als sie die Morde beging. Ihr waren die Medikamente ausgegangen, als Mauline sie besuchte und ein Psychiater stellte fest, dass ihr Geisteszustand zu diesem Zeitpunkt akut gestört war. Während des Prozesses sagte der Anwalt in seinem Schlussplädoyer, Jamie ist keine Mörderin. Sie ist ein zutiefst verstörtes Mädchen. Ein Mädchen, dessen Geist ein Sturzbach von schrecklichen Gedanken und Emotionen war. Diese Emotionen und Gedanken und ihr zerrötertes Selbstverständnis waren das Ergebnis einer Kindheit voller Vernachlässigung und Missbrauch. Sie sollten sie nicht des Mordes für schuldig befinden. Erstaunlich. Nach sieben Tagen Beratung stimmten die Geschworenen zu. Sie wurde des Totschlags, aber nicht des Mordes für schuldig befunden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie für neun Jahre ins Gefängnis muss, aber in weniger als drei Jahren wieder auf freien Fuß kommen könnte. Und wie wir in Jamies Vergangenheit gesehen haben, scheint es niemanden, auch keine staatliche Organisation zu geben, der bereit ist einzugreifen und dafür zu sorgen, dass Jamie von der Öffentlichkeit ferngehalten wird. Obwohl klar ist, dass sie eine sehr kranke und sehr gefährliche Person ist und es meiner Meinung nach sehr gut möglich ist, dass sie ausrastet und möglicherweise wieder tötet, sobald sie entlassen wird. Ein Experte war der Ansicht, dass Jamies Rehabilitation vorsichtig optimistisch sei und wir hoffen, dass dieser Experte recht hat. Was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr zu Jamie?